Hip-Bridge einmal in Rückenlage, die Beine aufgestellt, dass die Knie leicht gebeugt sind. Bauchfeste anspannen, als ob ihr einen Schlagwein bekommt und dann geht ihr einmal mit der Hüfte nach oben, Po zusammenkneifen und haltet die ganze Zeit die Spannung im Rumpf. Wieder nach unten, nicht ganz absetzen und wieder hoch. Wichtig, versucht die ganze Zeit die Spannung hier zu halten und die Wirbelsäule sollte sich nicht bewegen, sondern die ganze Bewegung kommt aus der Hüfte.